Es wedelt hier... Oh, voll. Hör! Ah! Ah! Äh! Oh! 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 So, was haben wir denn heute? Heute haben wir Donnerstag. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute ist wieder Ben Masterful zu Besuch da und wir machen... Ich freue mich sehr. Wir machen die Kinder-Ü-Eier auf. Wir haben vierer Packs und es sind drin... Hä, warte mal kurz. Kinderino. Ach so! Ich wusste das gar nicht. Die hier, kann man schon sehen. Das ist doch hier unten. Ne, mache ich später. Also hier sind die Kinderino drin. Ja, vier verschiedene. Gibt es den Doktor, den Künstler, den Taucher und den Tennisspieler. Ach so! Was dachtest du denn jetzt? Weißt du, was ich dachte? Ich dachte, wir haben die Minions. Wo ist denn da bitte jetzt ein Minions? Ich habe gedacht... Ich weiß auch nicht. Die sind jetzt gerade draußen. Sie gucken da drauf. Die sind jetzt gerade draußen. Sie gucken da drauf. Ja, ich gucke gerade und denke mir so... Hä? Hä? Was ist denn da los? Ja, okay. Ich schalte mal runter. So lächerlich. Da kauft sie die Dinger, aber man weiß nicht mehr, was sie da gekauft hat. Ich dachte halt, überall waren doch Minions. Also hier nochmal. Ja, sehr cool. Überall waren doch Minions. Naja, dann ist das... Dann können wir... Ich habe doch noch gesagt beim Einkauf. Ich so, nein, dann können wir die ja gar nicht vollkriegen alle. Wenn wir jetzt nur zwei Viererpacks haben. Also theoretisch haben wir sie gleich vollkriegen. Theoretisch könnten wir sie vollkriegen. Also wir haben ja zwei Eier garantiert im Viererpack. Ja. Und vier Vierungen gibt es nur. Also eine kleine Randserie quasi. Also wir treten wieder gegeneinander an. Ja. Wir wischen sie wieder alle durch. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Genau. Der kriegt natürlich einen Punkt. Ja. Und am Ende gibt es eine Bestrafung. Ja. Und zwar heute schön sauer. Extreme Sour. Extreme Sour. Die sauersten Bonbons der Ever. Art Candy. Du musst auch nochmal durchwurbeln. Du alter Mischer. So. Ladies first. Wir nehmen erst mal... Wir nehmen nacheinander immer so, ne? Ja, ja. Ladies first. Du darfst jetzt eins auspacken. Das nehme ich. Ich. Einmal der Schütteltest. Ich weiß gar nicht wo. Man hat nichts gehört. Vielleicht soll ich es auch hier aufmachen. Oh. Hart. Das ist ja auch hart, Candy. Ach nee, das ist die Bestrafung. Bin ich eigentlich eingesteckt? Ja, ne? Gut. So. Badenungsmaschine. Was? 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 Wattwurm? Was? Was? Ja, frisst die einfach mal. Eine Schokoladenhälfte. Oh. 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 Das nutzt man Sarah. Mhm. Mh. 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 Es freut Kinderin und anderen zu helfen. Deswegen ist er gerne Arzt. Denn so kann er seine Patienten behandeln und ihnen helfen, wieder gesund zu werden. Ich habe das Arzt-Ei. Mh. Mh. Den da. Warte, der muss ja noch sein Stethoskop hier anziehen. Also die Serie finde ich echt ganz niedlich. Was ist denn mit... Hä? Geht das gar nicht? Ach doch. Oder hält er das normalerweise so? Ja. Oder hält er das normalerweise? Weiß ich nicht. Guck doch mal auf den Zettel. Er kann es so anziehen. Nö. Er hält es noch. Nee. Ach so, er hält das hier. Habe ich das jetzt falsch drum ran gemacht? Ja. Oh. Huch. Das ist echt peinlich. Das ist überhaupt nicht peinlich. Das ist voll peinlich. Wieso? Warum machst du denn deine Videos mit mir? Weil du peinlich bist. Was? Das ist witzig. Oh, du bist so gemein. Ja. So sieht das eigentlich aus. Okay, das hält er so hier in der Hand. So, ich bin ehrlich dran. Ja. Zehn Jahre später. So, der kommt hier hin zu mir. Der sieht man da doch nicht. Ach ja. Dann kommt er da hin. Auf meine Seite. Was bist du denn so fies? Gib doch mal so ein Viererpack für die Schokolade her. Wieso? Die esse ich jetzt. Ja. So, mal gucken was wir haben hier. Oh, ho, 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 ho. Nein, das bleibt beim 1-0. Oh, guck mal. Oh. Das ist hier, wie hieß sie? Mhm. Wie hießen die Serie? Sag doch mal. Oh. Ne, wie hieß sie? Hm? Ne. Ich spüre ein Tee. Mhm. Und du hast was mit der Serie gemacht? Mhm. Und zwar hast du? Ein riesen Ding aufgebaut. Eine riesen Straße. Eine riesen Straße. Stimmt, in einem extra Video. Kannst du doch mal verlinken, wenn du dran denkst. Ich hoffe, ich denke dran, ja. Also hier wieder neue Autos und so wie es aussieht, die alte Strecke. Mit Tribünen, ja. Ja. Also die ist wahrscheinlich nicht neu, die Serie. Das ist wahrscheinlich... Aber das ist dunkel. Also die, die wir hatten, die war... Stimmt. Oh, stimmt. Die Streckenteile sind dunkler. Ja. Die kann man jetzt hier so zusammen machen. Und dann ergibt das nachher eine Strecke. Das passt nicht. Nee? Ja. Haben wir nicht noch einen? Ne, nur drei Teile. Ja, und hier sind auch Tribünteile, das ist auch sehr witzig. Die macht man dann hier so hin. Für die Zuschauer. Und dann hat man hier Publikum. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, das Ganze da zusammenzubauen. Ja, du bist ja auch so ein Zusammenbauer. Ich mag einfach total gerne Spielzeugautos. Vielleicht hat es jemand bei mir auf Instagram gesehen. Matchbox. Matchbox. Nee, Hot Wheels. So, also 1-0 weiterhin für dich. See your turn. Was glaubst du? Nein. Keine Figur. Doch, 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 doch. Ja. Nein, ich hab nochmal den Leichen. Das heißt, wir kriegen sie nicht voll. Nein. Oh Mannu. Oh Mannu, wie doof. Okay, dann hab ich halt zwei Ärzte. Sicher ist sicher. Jetzt kann ich nur noch ausgleichen. Was machst du denn? Ich wollte schon anfangen, aber ich warte jetzt doch noch auf dich. Ich weiß nicht, was du da außerhalb der Kamera machst. Ach so, okay. Mach ruhig. Du kannst schon aufmachen. Okay, dann verschwinde mal hier. Hey. Hey. Wolltest du ihm die Sachen wieder reinstocken in die Ohren. So. Hey. Oh. Geil. Bringt ja jetzt noch viel. Ja. 2-1. Ich bin wieder im Spiel. Der Tennisspieler. Der Tennisspieler. Okay, auf jeden Fall cool, dass wir schon mal einen anderen haben. Ja. Ja, vielleicht müssten wir dann nochmal auf Bandmaster von der Challenge machen. Vierer Packs. Ja. Um die Serie voll zu bekommen. Ja, das wäre cool, ne? Barsch. 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 Der schlägt den Ball. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Soll das so? Rade! Rade! So. Was steht ihr denn? In seiner Freizeit ist Kinderino gerne draußen unterwegs und probiert neue Dinge. Tennisspielen macht ihm richtig viel Spaß, denn darin ist er schon ein richtiges Ass. Oh, das ist jetzt nicht gereimt. Ja. So, also. Den Taucher. Ja. Jetzt darfst du versuchen den Taucher zu bekommen. Ja. Nein, das ist keins. Nein, das ist keins. Das, ne, ne, ne. Oh, ne, ne, ne. Nein. Habt ihr das gesehen? Ein Schummelversuch hier. Das war kein Schummelversuch. Na klar. Ich wollte nur tauschen. Manu. Ja. Ich habe mich umentschieden. Und das von dir? Schummelei von Sansara hier? Gar nicht. Ich habe mich umentschieden nach geräuschlichem... Ja, aber das ist doch Schummel, weil du dann... Nein! Und ich habe sogar genau den, den ich haben wollte. Der Taucher. Der hat hier wieder ein Glück. Ja, ich soll auch mal Glück haben. Guck mal, dann kriegt der das hier in den Mund. Das ist ja cool. Das gibt's nicht. Ah, wie süß ist das denn? Eine Heilflosse. Kann man uns bewegen? Ne. So, dann lesen wir nochmal. Ja. Seinen Urlaub verbringt Kinderino am liebsten am Meer. Dort kann er abtauchen und neue Unterwasserwelten entdecken. Ja, okay, das ist also immer eigentlich der gleiche, ne? Total doof. Der Kinderino ist also eigentlich Arzt, normalerweise. Der Kinderino ist immer der gleiche, ja. So darf er ja keine Figur mehr haben. Wollen wir die mal im Schnelldurchgang öffnen hier? Ja. Okay. So, klebt. Äl, klebt. Äl, klebo. Wieso? Hä, warum durfte ich das nicht machen? Hä? Ich wollte auch auspacken. Oh, kann man doch schon wieder stecken. Nee, nee, nee. Das ist ein anderer. Das ist hier so ein, so einer, dem kann man zusammenstecken. So. Was ist denn da oben drauf? Ach so, ein Totenkopf. Ein Totenkopf. Ein Totenkopf. Mit Haaren. Hihi. Du willst nicht auspacken. Du willst nicht zusammenbauen. Deswegen gibst du mir immer die Dinger zum Zusammenbau. Ja. Was soll das? Guck mal, das ist ein Hot Wheel. Oh. Aha. Okay. Kann man da... Kann der was? Hm. Schade. Kann der was? Ja, ich dachte, der kann irgendwas cooles. Auch ein Auto. Sag mal, was ist los? Nee, 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 das ist jetzt meiner. Nein, ich will den auspacken. Nee, nee, lass mal. Mann. Mann. Der ist so schwierig hier. Ja, den musst du auch bauen. Dann nimmt er mir einfach meinen Sprinti. Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Wie geht denn das? So. Ach, es sind nur drei Teile. Ich dachte, das wäre hier... Voll schwierig. Voll schwierig. Ich bin voll überfordert. Hä? Man kann den irgendwie nach oben und nach unten drücken. Darf ich mal... Nee, mach du mal erstmal. Nicht, bei mir dauert. Okay. Also hier, das ist irgendwie so komisch, das ist ein Filch. Und das kann man von oben nach unten drücken. Hier so durch. Von der Seite ist er rot und glatt. Und von der Seite ist er lila und mit Stacheln. Also wenn ich dann hier das durchdrücke, wird er hier stachelig, wenn man das sehen kann. Ich weiß zwar nicht genau, ob der zu irgendwas noch gut ist, aber... Das sind scheinbar irgendwie so komische Sammeltiere hier. Ach so, Nattoons sind das wieder. Okay. Das ist ein Fischset. Oder so. Du darfst. Du darfst. Zeig mal. Zeig mal in der Kamera. Man sieht es gar nicht. Ach, das kann man so losschießen. Aha. Ich glaube, man muss den hier so in der Luft spannen. Mhm. Weil der hält nicht so gut. Okay. Und dann? Und dann beim Absetzen. Ach so, beim Absetzen. Ja, dann fliegt der los. Ah, aber das ist cool. Ja. Das funktioniert auf jeden Fall. Und hier, dem kann man so schön rumrubbeln. Rumrubbeln? Du alte Rumrubbeln. So, wir haben ja auch noch eine Bestrafung für mich. Ja. Weil ich da verloren habe, muss ich jetzt hier... Nobel, nobel. Boah, welchen soll ich denn? Den da. Den da. Ja. Was haben wir denn da? Apple. Ja. Extrems. Ein Glück haben wir Ü-Eier. Dann kann ich hier sauer gleich... Kannst du direkt da hinterher. Ja, weglutschen. Boah, der ist ja... Oh Gott. Der sieht ja geil aus, ne? Der ist schon voll flüssig, ne? Der ist flüssig, ne? Doch. Ist das gut oder ist das schlecht? Keine Ahnung, da kommt schon die erste Flüssigkeit raus. Ist das denn so rausgedrückt? Oh. Oh. Oh, der ist sauer. Oh, okay. Apfel ist gut. Apfel ist sauer. Nicht wieder einatmen. Nicht, dass du wieder hier... Stimmt, das haben wir auch schon mal, ne? Ja. Ich hab grad geschnitten. Wird langsam. Ja. Du hast auch nicht so viel von dem sauren Zeug da gehabt, außen. Was? Von diesem Pulver, meine ich. Hm. Hm. Aber sind das andere, als die wir letztes Mal hatten? Ja, ne? Weiß ich nicht. Weil der so flüssig... So eine Flüssigkeit... Flüssigkeit da hatte. Okay, das Saure ist weg. Jetzt nur noch das Saare zum Lutschen da. Deine Zunge ist grün. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ja. Ja, es ist grün. Ja, es ist grün. So. Dankeschön. Auf jeden Fall wieder fürs Mitmachen. Ja, kein Problem. Fürs Auspacken. Und äh... Was haltet ihr von der Serie? Von dieser... Kinder UI-Serie? Kinderino! Ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass wir die Minions verpasst haben. Gab's auch keine 4er Pack. Achso. Verdammt. Verdammt Axt. Verdammt Axt. Okay, ja. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ihr könnt mich natürlich super gerne abonnieren, kostenfrei unten. Dann verpasst ihr kein Video mehr. Und schaut bei Bad Masterful vorbei. Und da sehen wir uns au! Beim nächsten Video. Sehen wir uns au! Beim nächsten Video. Tschüss. Auf einen Hut. Nun. Untertitel, D Antarctica Films Argentina Sii Navela Du Bis zum nächsten Video. Dir eigentlich alles klar. Das war's Applat3 Ich bin ganzgrid45 aber auch ganzvistu nok. Aber der Lunch cafe ist oft jaitsange. Sch Außerdem вами gesàn Clickack auf Nachfolger Nagel meiner